So, und jetzt, ähm... Ja, aber wo ist denn dann ihre Zelle? So, auf die Schnelle. Da kommt doch wieder wer, oder? Range! Was? Was? Wo ist denn ihre Zelle? Ey, das kann doch echt nur mir passieren, ne? Oh, ja, ich hätte... Guck mal, ich komme jetzt von der anderen Seite! Was? Du bist ja vielleicht scheiße! Ringel-Ringel-Reihe! Warte. Seine Frau, diese Schlampe, hat sich nicht mal gewehrt! Ich glaube, sie hat es genossen! Ja. Schieß doch mal fett daneben, ey! Mann, Mädchen! Hier bin ich! Ja. Ja, ja. Wie kannst du dich dann wieder wegzaubern? Was soll denn der Quark? We come from the other side! No? Dein Bruder hat geschrien wie eine abgestochene Sau! Du wiederholst dich! Warum habe ich das eben so gut hingekriegt und jetzt... Ach, komm! Hä? Siehste! Geht doch! Hilla, Bitch! Zellenschlüssel genommen! Okay, immerhin wird sowas gespeichert. Jetzt ist die Frage... Okay, hier ist nichts mit Zeit. Das heißt, es war einfach nur die falsche Richtung, die ich eingeschlagen habe. Ich soll nicht nach oben. Dann ist ihre Zelle vermutlich... Ja. Ja. Oh, oh. Pssst, Kind! Oh, oh. Jetzt schmeißen sie Zombies in die Grube. Da ist er! Ich wollte doch Zwischenspeichern! Ich bin so dumm! Hallo? Da drüben. Nee. Oh, was? Wie? Ey, das ist aber nicht nett, ne? Da! Alter, das sind drei Headshots! Netter Versuch, Padre! Für einen Mann deines Alters bist du wirklich schnell! Ein paar Dynamit-Stangen sollten für dich ein Problem darstellen! Stangen? Okay, dann geh ich aber weg von Molly. Waaah! Autosafe! Dann geh ich... Oh! Äh, ey, dann mach aber bitte dann hier Zeitlupe, ne? Nimm das! Der läuft die ganze Zeit! Hör mal auf zu laufen! Warum läuft der? Was? Hallo? Warum läuft denn er die ganze Zeit? Der läuft von ganz alleine, da wo ich hingucke, oder was? Was? Wie soll ich das denn machen? Ich muss... Äh... Nimm das! Wo denn? Ey, willst du mich verarschen? Der lief grad komplett von alleine! Also komplett! Ja! Jetzt tu das nicht mehr, okay? Keine Ahnung, was hier eben los war. Wie soll man das denn machen? Ich weiß nicht mehr, wie ich... Zeitlupe... ...mache. Wie mache ich Zeitlupe? Moment! Ja, 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 ja! Schnauze, warte! Warte, warte! Galopp gehen, ducken... Anvisieren... Alternatives feuern? Achso. Ja? Links, rechts, nachladen. Äh, das ist ja jetzt doof. Das hatte ich ganz am Anfang mit der Zeitlupe mit ihm sonst nie wieder. Genau wie das scheiß Treten, da wo ich nicht weiterkam. Äh... Wie soll ich das machen? Ich kann so gut nicht zielen. Nicht mal annähernd. Okay, okay. Niemdaas! Ja. How?! Okay. Mit Geduld. Hoffentlich. Ich mach mal so. Und so. Ja, kommt. Ganz ehrlich. Besser ist das. Tschau, jung Wally. Oh, oh. Was? Wurde aktualisiert? Weil? Fang, fang, nimm das. Ne. Oh. Weil... Achtung. Willst du mich verarschen? Was? Wie? Hä? Hä? Wie soll das denn gehen? Äh, Entschuldigung. Ähm. Hä? Wie jetzt? Und wieso? Und... Hä? Muss ich nicht verstehen, aber ich bin einverstanden. Ray hat gesagt, ich soll weglaufen. Und vielleicht sollte ich das auch tun. Ich könnte mir das Gold schnappen und niemand würde mich jemals wiederfinden. Ray wird das Mädchen retten. Er braucht mich nicht dazu. Vielleicht ist es besser, wenn ich sie nie wieder sehe. Natürlich immer auf der Flucht, aber dieses Mal wäre ich ein reicher Mann. Warum stehe ich also noch hier herum? Vielleicht bin ich von der Wecklauferei einfach müde geworden. Oder ist es an der Zeit, die Angst endlich zu besiegen? Stilles Wasser hat versucht, mir zu helfen, und nun ist er tot. Wie meine Mom. Und vielleicht Reverend Ray, wenn ich schon wieder weglaufe. Dieses Mal streiche ich nicht die Segel. Dieses Mal stelle ich mich dem Schicksal entgegen. Denn wenn ich es nicht tue, wenn ich wieder weglaufe, wird mich die Angst mein Leben lang verfolgen. Egal, wohin ich gehe. Und dann werde ich niemals frei sein. So sieht es aus, mein Lieber. Chaka, du schaffst es! Oder wir hoffentlich. Senior, du willst die Banditen im Fort töten? Warte! Verschwinde, bevor dir etwas zustellt. Sie haben meinen Vater getötet. Wenn du da reingehst, nimm das hier mit und töte sie alle. Mach's gut. Sogar 80! Und Zeitlupe! Und... Ui! Sieht ja cool aus. Soll mir aber wahrscheinlich sagen, wenn du dagegen läufst, bist du tot. Oh, das geht nicht weiter. Danke! Nippelmaster. Ja, okay. Sex! Aber lass mich raten. Jetzt kommen wie aus dem Nichts wieder 500.000 andere... Irgendwas hier? Okay. Ach, schön! Also wie es scheint, ich habe es gerade, während Billy gequatscht hat, gar nicht drauf geachtet. Aber es dürfte doch jetzt das 15. und so mit letztem Kapitel sein, ne? Episode, was auch immer. Und ich darf nochmal mit Pfeil und Bogen. Schön! Alter, warum steht denn das alles so? War doch vorher nicht. Wir werden alle in der glühenden Hitze verrecken. Oh, hey! Okay, wurde ich gesichtet? Alter, ich sehe nichts. Okay, da komme ich rein. Denke ich. Solange hier draußen noch keiner kommt. Oder jetzt nochmal die Kroyoten heulen oder so ein Quark. Maybe the last time. Oh nein, da wurden Molly und ich gefangen gehalten, wenn sie immer noch dort ist. Hoffentlich ist Wasser in der Zisterne. Ja, stimmt. Ich lasse das Feuer in der Zelle, damit das Mädchen... Wo kommt da noch was her? Da! Ach! Komm schon! In den Bauch! Ich habe dich getroffen! Ach, du Dummer! Du dummer Arschmaden-Sack! Ach nee, nicht eher nachladen. Äh, Billy, überlebt das bitte. Und jetzt? Wie denn? Ich soll doch da jetzt nicht drauf... Oh, wow, wow! Ich soll doch da jetzt nicht draufschießen, oder? Ach, ich will immer nachladen drücken. Alter. Ähm, oh, 15 Leben. Oh, äh, hallo? Ähm. Scheiße, ich werde es nicht schaffen. Du bist ein Feindling! Mhm, deine Mutter war auch einer. Wo kriege ich denn jetzt... Saft her? Oh, ich habe jetzt eine Pistole. Das ist toll. Will ich aber gar nicht. Wie? Oh, wow. Äh. Scheiße. Wie denn? Oh. Hä? Was? Hä? Nein, bitte nicht schießen, ich bin sonst tot. Komm schon. Komm schon. Ja, 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 ja. Jawohl. Und jetzt hier, was? Ja? Und hier? Nee. Hier? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Hä? Ich muss das doch irgendwie... Und in den Sack. Aber davon stirbst du nicht, ne? Nein, du doch nö. Du bist der King. Trotz allem... Trotz allem... Bin ich gerade leicht... Ja, komm. Ja, komm. Oh, zieh dich doch hoch. Wie soll ich das denn machen? Was genau soll ich tun? Nee, macht er auch nicht. Was soll ich denn tun? Die Zeit ist gleich rum. Ich habe keine Ahnung. Stirb. Nee. Das war nicht der Plan. Hm.